Aus diesem Lagertank des Atomkraftwerkes Fukushima tritt hochradioaktiv verseuchtes Wasser aus. Das Resultat? Eine drastisch erhöhte Strahlenbelastung in der Umgebung, so hoch, dass sie innerhalb weniger Stunden zum Tod führen könnte. Die Betreiberfirma Tepco hat die Reaktorruine von Fukushima längst nicht unter Kontrolle. Jetzt schaltet sich die Regierung ein. Um unsere Ziele sicher durchzusetzen, werden wir eine Arbeitsgruppe des Ministeriums auf das Problem des verseuchten Wassers ansetzen und dafür notwendige Haushaltsmaßnahmen ergreifen. 47 Milliarden Yen, das sind mehr als 360 Millionen Euro, will die japanische Regierung nun investieren, um die Probleme rund um den Katastrophenreaktor zu lösen. Das Leck in den Reaktoren hat weitreichende Konsequenzen. Grundwasser sickert in die Reaktorkeller und vermischt sich mit dem verstrahlten Kühlwasser. 100.000 Liter hochradioaktives Wasser sollen bereits in den Pazifik geflossen sein. Japanische Fischer fordern längst, dass der Ausfluss in den Ozean gestoppt werden muss. Nun wird über einen unterirdischen Schutzwall ausgefrorene Erde rund um die Reaktoren nachgedacht. Angesichts der großen Wassermassen in den Tanks ist das Abpumpen ins Meer aber immer noch eine Option.